Hallo Leute, danke fürs Einschalten, herzlich willkommen zu einem kurzen Video, wo ich mit euch einfach nur plaudern wollte und zwar eigentlich um, ja hauptsächlich um den Vokalsieg gestern von meinem SK Sturm Graz, die es geschafft haben, tatsächlich den österreichischen Vokal im Finale gegen Red Bull Salzburg zu gewinnen. Natürlich eine grandiose Aktion, das Finale fand in Klagenfurt statt, 30.000 oder nicht ganz, 28.000 gehen glaube ich rein in das Stadion, wurde für die EM damals gebaut und wird seitdem eigentlich nicht mehr wirklich genutzt, also ein Verein, der in der Regionalliga glaube ich spielt, Austria Klagenfurt oder Austria Kärnten, Austria Klagenfurt heißen die jetzt glaube ich, vor 300 Leuten oder so und hin und wieder mal Länderspiele und sonst wird das Stadion eigentlich nicht genutzt und jetzt fand wieder mal das Finale dort statt, letztes Jahr war Salzburg gegen Rapid, dieses Jahr Salzburg gegen Sturm und was soll man sagen, in Österreich ist die Dominanz von Red Bull einfach unfassbar riesig, also die letzten vier Jahre hat Salzburg das Double gewonnen, jetzt waren sie schon wieder Fixmeister und wollten natürlich wieder das Double und ja, mein geliebter SK Sturm war der Finalgegner und was soll ich sagen, Sturm hat es tatsächlich geschafft in der Verlängerung mit 1 zu 0 zu gewinnen, das ganze Spiel war taktisch total interessant, es war sehr viel Leidenschaft drehen, es war sehr viel Kampf drehen, sehr viel Härteaktionen, aber das hat halt einfach die Wichtigkeit von dem ganzen Spiel irgendwie dargestellt, ich weiß nicht ob ihr das Finale gesehen habt, aber insgesamt war es halt so, dass geschätzt waren glaube ich im Fernsehen 2000 Salzburg Fans und der Rest im Stadion waren Sturm Fans, also zwischen 22.000 und 25.000 Fans von Sturm, die nach Klagenfurt gefahren sind und die Stimmung war bombastisch, also solltet ihr unbedingt auf YouTube suchen und ja, Spiel war sehr interessant, weil Sturm in diesem 5-3-2 System, in dem von mir so geliebten 5-3-2 gespielt hat, sie haben es echt versucht defensiv kompakt zu stehen, sie wussten eh Salzburg wird es dominieren, viel Ballbesitz haben, aber sie waren so kompakt, dass sie eigentlich keine Torchancen zugelassen haben und immer wieder dann für Nadelstiche gesorgt haben und gerade offensiv dann, ich glaube in der ersten Halbzeit waren es drei gute Torchancen, also klares Chancen plus von Sturm dann insgesamt und ich glaube in der 71. war es der Ramaglio, der vorher schon fliegen hätte können mit einer gelb-roten, der dann tatsächlich vom Platz geflogen ist und das war so ein Knackpunkt im Spiel, der sehr interessant war, taktisch, weil es zu der Phase, wenn man dann gegen Salzburg überlegen ist, hat sich Salzburg taktisch sehr interessant verhalten, die haben plötzlich statt der Dominanz und Ballbesitz plötzlich komplett verteidigt, kompakt gestanden und versucht zu kontern, also das, was Sturm vorhin eigentlich gemacht hat und das war taktisch sehr klug von Marco Rose, weil sie so kompakt waren und er hat vorne Wang gebracht, einen sehr starken Südkoreaner, glaube ich, der unfassbar schnell ist, das heißt, der ist halt auch technisch stark genug, um es dann im Konter gegen zwei oder drei Gegner mit seinem Tempo und seiner Technik schaffen zu können und haben es einfach versucht, so irgendwie noch zu gewinnen und die Gefahr, die Sturm in der Situation hatte und vor der Situation hatte ich wahnsinnig Angst, dass sie jetzt versuchen, Salzburg komplett reinzudrücken, dominant zu sein, denn genau das spielt Salzburg dann in die Karten mit diesen gefährlichen Kontern und genau das haben sie nicht gemacht, also sie haben trotzdem die defensive Ordnung nicht aufgegeben, waren trotzdem defensiv sehr stabil, haben es immer wieder trotzdem mit langen Bällen gespielt und ja, es hat dann tatsächlich geklappt, Stefan Hierländer, der bei Salzburg und Leipzig war, trifft ausgerechnet gegen RB, kurz nachdem er seinen Vertrag in Graz verlängert hat und sorgt dann für den Cup-Sieg, also viel romantischer hätte es eigentlich nicht gehen können, war wirklich grandios und ja, wie gesagt, schaut euch unbedingt die Videos an, die so auf YouTube zu finden sind von den Fan-Clubs und ja, ich muss schauen, ob ich da irgendwas finde, vielleicht kann ich euch was verlinken unter dem Video. Worüber ich noch reden wollte, genau, ich bin das Wochenende allein, meine Freundin ist verreist, deswegen bin ich momentan am ziemlich viel aufnehmen, die Saison für Fortuna Düsseldorf und für Sturm habe ich beide Spielzeiten, beide jetzt abgeschlossen, das heißt fertig aufgenommen, also wie es bei Düsseldorf weitergeht, das weiß ich schon, das werde ich euch natürlich jetzt nicht verraten, also ich möchte euch da die Spannung nicht nehmen und wie die Saison mit Sturm ausgeht ebenfalls, also da bin ich schon gespannt, was ihr zu dem Ganzen sagt und wie ihr so die letzten Parts findet und ich werde dieses Wochenende hauptsächlich, glaube ich, Save Games aufnehmen, damit da ordentlich was kommt. Und genau, noch ein Punkt, ich spiele ja sonst hin und wieder hauptsächlich mit Freunden, auch Spiele außerhalb von Fußball und wir hatten vor Ewigkeiten einen Let's Play-Kanal, der sich E-Bros TV genannt hat und den haben wir jetzt mehr oder weniger wieder aktiviert, weil wir zwischendurch einfach Videos hochladen, wenn wir mal irgendwie was zocken, GTA zocken oder momentan ist es Total War Thrones of Britannia und das macht halt unglaublich viel Bock und es wird natürlich nicht die Priorität haben, die Fußballwelt AT bei mir hat, aber es gibt auf jeden Fall einen Kanal, wo ihr auch andere Videos von uns anschauen könnt und ich verlinke euch den unter dem Video, beziehungsweise ist er auch in der Kanalübersicht von uns zu sehen und es wäre echt voll nett von euch, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet, einfach um uns zu unterstützen, egal ob ihr jetzt viel da reinschauen werdet oder nicht, würde mich natürlich wahnsinnig freuen, weil da haben wir noch nicht sonderlich viele Abos, ich glaube 600 oder so und ja, ich glaube das war es jetzt eigentlich mal von mir, ich werde mir jetzt glaube ich mal was zu essen machen und dann Save Games aufnehmen gehen und freue mich auf jeden Fall schon auf eure Einsendungen zu den Save Games und zu allem anderen. Danke liebe Leute, bis bald, ciao.